Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wer immer die sind, die wussten über uns beschafft. Wo ist der Helikopter? Wir suchen diesen Mann, Gregor Barowski. Der gefährlichste Mann, dem ich hier begegnet bin. Wir müssen ihn ausschalten. Wie ist Stratton denn so? Reserviert, würde ich sagen. Marty hat ihn nie als reserviert beschrieben. Barowski! Shit! Wir haben vielleicht was. MI6. Falls Sie Zweifel haben, in welcher Gefahr Sie sich jetzt befinden. Hier das Anschlagsteel. Oh mein Gott. London. Ich werde meine Rache bekommen. Durch diese Biowaffe könnten Millionen Menschen von London bis Washington ums Leben kommen. Los, los, los! Die Brücke! Jemand fragte Napoleon mal nach seinen Schlachtplänen. Er sagte, kommen Sie mit? Dann sehen Sie, was passiert. Wie ist denn? Was ist denn so? Wie ist denn? Vielen Dank.